Florian Silbereisen und Beatrice Egli, das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt, haben erneut die Herzen ihrer Fans erobert. Inmitten all der Glitzer und Glamour ihrer erfolgreichen Karrieren, haben sie gezeigt, dass wahre Liebe stärker ist als jeder Trubel. Nun steht ein besonderes Ereignis an, das ihre Liebe für immer besiegeln soll, eine Hochzeit, die all ihre Fans in Atem hält. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Laufeuer, Florian Silbereisen hatte Beatrice Egli in einer romantischen und intimen Zeremonie und andere mehr und ihr Glück mit einer Hochzeit besiegelt. Diese Überraschung war das Gesprächsthema auf allen sozialen Medien und in den Schlagzeilen der Boulevardzeitungen. Doch wie kam es zu diesem märchenhaften Ereignis? Alles begann an einem klaren Frühlingsabend, als Florian und Beatrice gemeinsam durch die Straßen von München spazierten. Die beiden hatten beschlossen, einen Abend fernab vom Rampenlicht zu verbringen und einfach die Gesellschaft des Anderen zu genießen. Hand in Hand gingen sie durch den englischen Garten und sprachen über ihre Zukunftspläne. Es war einer dieser magischen Momente, in denen man spürt, dass alles perfekt ist, erzählte Beatrice später in einem exklusiven Interview. Florian, der stets für seine Überraschungen bekannt ist, hatte jedoch noch einen besonderen Plan für diesen Abend. Ich wusste, dass dies der perfekte Moment war, sagte er. Ich wollte Beatrice zeigen, wie sehr ich sie liebe und wie sehr ich mir eine gemeinsame Zukunft mit ihr wünsche. Am Ufer des Klein-Hesselor-Sees hielt Florian plötzlich inne, fiel auf ein Knie und zog einen funkelnden Verlobungsring aus seiner Tasche. Beatrice, du bist die Liebe meines Lebens. Willst du mich heiraten? fragte er mit zitternder Stimme. Beatrice, überwältigt von Emotionen, konnte kaum ihre Tränen zurückhalten. Ja, Florian, ich will, antwortete sie strahlend. Diese magische Verlobung war jedoch nur der Anfang einer Reihe von Überraschungen. Florian und Beatrice beschlossen, ihre Verlobung geheim zu halten und die Hochzeit in einer privaten Zeremonie zu feiern. Wir wollten, dass dieser Moment nur uns gehört, erklärte Florian. Es war uns wichtig, diesen Schritt in unserem eigenen Tempo zu gehen, ohne den Druck der Öffentlichkeit. Die Planung der Hochzeit verlief in aller Stille und nur engste Freunde und Familie waren eingeweiht. Beatrice, die für ihre Liebe zum Detail bekannt ist, kümmerte sich persönlich um die Dekoration. Ich wollte, dass alles perfekt ist, sagte sie. Jede Blume, jede Kerze, alles sollte unsere Liebe widerspiegeln. Am Tag der Hochzeit, die in einem malerischen Schloss in den Bayerischen Alpen stattfand, war die Aufregung greifbar. Es war wie ein Traum, beschrieb eine enge Freundin der beiden. Beatrice sah aus wie eine Prinzessin in ihrem massgeschneiderten Kleid und Florian strahlte vor Glück. Die Zeremonie selbst war voller emotionaler Momente. Florian konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als er Beatrice das Eheversprechen gab. Du bist mein Ein und Alles, sagte er. Ich verspreche dir, dich zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten. Beatrice, die ebenfalls tief bewegt war, antwortete, Florian, du bist mein Fels in der Brandung. Mit dir an meiner Seite weiß ich, dass wir alles schaffen können. Nach der Zeremonie folgte eine ausgelassene Feier, bei der getanzt, gelacht und gefeiert wurde. Doch das Heiklicht des Abends war eine unerwartete Überraschung. Florian, der für seine musikalischen Talente bekannt ist, hatte ein Lied für Beatrice geschrieben und performte es live vor allen Gästen. Dieses Lied ist für dich, meine Liebe, sagte er. Es erzählt unsere Geschichte und wie sehr ich dich liebe. Die Gäste waren sichtlich gerührt und Beatrice konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Es war der schönste Moment meines Lebens, sagte sie später. Florians Lied hat mich tief berührt und ich werde diesen Moment für immer in meinem Herzen tragen. Doch die Überraschungen hörten hier nicht auf. Am Ende der Feier ergriff Beatrice das Mikrofon und verkündete eine Neuigkeit, die alle Anwesenden in Jubel ausbrechen ließ. Florian und ich erwarten ein Baby, rief sie glücklich. Die Freude war grenzenlos und die Gäste gratulierten dem glücklichen Paar überschwänglich. Diese Nachricht war die Krönung eines perfekten Tages und symbolisierte den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem gemeinsamen Leben. Florian und Beatrice strahlten vor Glück und genossen jeden Moment ihrer Hochzeit in vollen Zügen. In den folgenden Wochen und Monaten wurde die Nachricht ihrer Hochzeit und der bevorstehenden Geburt ihres Kindes zum Hauptthema in den Medien. Fans auf der ganzen Welt schickten Glückwünsche und bekundeten ihre Unterstützung. Es ist so schön zu sehen, wie Florian und Beatrice ihre Liebe feiern, schrieb ein Fun. Sie sind ein echtes Traumpaar und wir freuen uns so sehr für sie. Florian und Beatrice, die sich stets dankbar für die Unterstützung ihrer Fans zeigten, gaben exklusive Interviews und teilten ihre Freude über die bevorstehenden Veränderungen in ihrem Leben. Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, unser Baby in den Armen zu halten, sagte Florian stolz. Es ist ein Segen und wir sind so dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir erhalten. Beatrice fügte hinzu, die letzten Monate waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber mit Florian an meiner Seite weiß ich, dass wir alles schaffen können. Er ist mein Fels in der Brandung und ich bin so dankbar, ihn an meiner Seite zu haben. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Ihre Hochzeit war ein Märchen, das Wirklichkeit wurde, und ihre gemeinsame Zukunft sieht strahlend aus. Fans auf der ganzen Welt fiebern nun dem nächsten Kapitel in der Liebesgeschichte dieses Traumpaars entgegen und können es kaum erwarten, mehr von ihrem Glück zu erfahren. Die Liebe von Florian und Beatrice hat gezeigt, dass wahre Liebe keine Grenzen kennt und dass das Glück manchmal in den unerwartetsten Momenten zu finden ist. Ihre Geschichte inspiriert und berührt die Herzen vieler und erinnert uns daran, dass Liebe und Zusammenhalt in den schwierigsten Zeiten die größten Stärken sind. Mit der Aussicht auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes und den zahlreichen Plänen für ihre gemeinsame Zukunft bleibt eines sicher, Florian Silbereisen und Beatrice Egli werden weiterhin ihre Liebe feiern und ihre Fans mit ihrer authentischen und herzlichen Art verzaubern.